Jo, meine Damen und Herren, ich habe bei Omen, wie ihr da oben seht, was ich gestern noch geschnappt habe, weil ich da ein Dings oben war. Seht ihr eh, was ich für gute Verzauberungen habe. Und jetzt gehen wir da rein ins Dorf, in mein Dorf, ich weiß nicht, was. Und es kommt schon a read on. Ich gehe mal da rauf, dass ich weiß, also das alles habe ich gebaut natürlich, dass ich weiß, wo er startet. Reht's? Auch da, perfekt. Da gebe ich viel Scheiße. Ja. Digga, ich werde gemobbt, ich brauche nicht immer, ich schütt. Geil. Digga, rückstoß zwar, ne. Rückstoß zwar. Geh mal wieder aufheben. Raubzug beginnt. Digga, wenn die vom Outpost auch greift, bin ich da auch geschützt. Wieder durch, sogar mit Windy-Cater. Ja. Ich meine, die Kinder sowieso nicht durch, also ist komplett wurscht. Ich will schon sein geschützt. Ausquichen. Der war's. Danke, wenigstens. Du hast mich niemals getroffen. Der ist gefühlt der beste Raid allein. Perfekt. Räumen wir wieder rein. Hier ist übrigens mein Hühner. A.K.A. Ei Farm. Wir bleiben da immer. Weil die Kinder haben uns nichts getan, die haben keinen Spawn. Oder ich hab mich doch verschätzt. Ah, da drüben. Mit Biest. Mit Biest. Das ist mit Revenger. Hatzack. Bleibt in die Häuser. Was weiß ich, ich benutze meine Farbe, wenn ihr gefallen da. Um die kümmere mich direkt. Es ist nicht so, wie in der Java bei der Education Edition. Es ist nicht so, wie in der Java, dass man warten muss, bis man eine Zufelung kommt. Wo sind die anderen? Kommt her. Lasst die Föder in Ruhe, Alter. Die ist zwar so gut. Komm schon. Ich bleibe jetzt im Dorf. Bleib im Dorf. Ich beschütze euch. Die andere ist ein Rack. Operfekt. Hexe. Das heißt, es ist... Warum ist so ein Dings? Erst mit D. Wigwrecken. Digga, was macht sie es? Danke. Danke, liebe Skelett. Für die... Geile Hilfe. Die Tante gegenseitig bekämpfen. Geil, oder? Digga, was willst du, Hexe? Easy Toad. Trüben ist noch eine. Kann ich einen Trank aufsammeln? Bitte, 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 bitte. Hexen können gerade im Dorf einiges machen. Also... Habe ich Zeit, dass ich... ...Inventar clean... ...habe ich mal. Also für ein Brust ab. Hexe! Loll, du ist Hexe. Und... ...und... ...können wir jetzt um die Hexe. Hexe, komm her! Ey, Alter! Bist du... ...komplett behindert? Danke. Dass du mich vergiftet hast. Ey! Das ist so wie jetzt Schiebung, gell? Das ist... Dies ist Schiebung! Oh, perfekt. Nächster schießt, Raufzug. Ich werde eh nicht sterben. Hoffe zumindest. Jo. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Okay, da draußen. Ich will mich voll heilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Habe ich ein Totem? So, ich habe noch kein Zauberer. Drauf ist jetzt. Ich glaube, ich habe ein Zauberer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein? Muss man... Nein, da drauf ist kein Zauberer. So. Ich hoffe, dass alle Villager in die Häuser gegangen sind, weil ich bin nachher safe tot. Aber ich kann ja einen Direktheilung dran nehmen. Habe ich genommen. Und jetzt... Dicker, was macht ihr mit meinen Födern? Ihr Scheißbiste ist. Ist Scheißbiste. Ist Scheißbiste, Alter. Das geht jetzt zu weit mit meiner Förderanlage. Habt ihr es mir verstanden? Warum liegt da ein Ding? Guck mal. Schauen wir mal, ich muss nur da rein. Nein, mit Drang der Regeneration. Nehme ich noch, dann kann ich... So ein Ding lasse ich mal da stehen. Ja, wo satzen ich es? Scheiß mag ich ja wieder. Du... Danke fürs Toten. Danke. Du hast noch ein Vindicator? Das kann man ja eh easy eigentlich stehen. Ey, ich denk so. Ich muss nur mal... Weil wenn alle... So wie du noch... Halbbarkeit zwei Efe... Für wem hat die gedroppt? Sind die hier unten? Da ist noch ein Vindicator. Ja, wie kommst denn du da hin? Depp! Oida! Wo ist noch einer? Wo? Bevor es noch Villager killt? Wie einer sieht man aber nicht? Da! Vindicator! Vindicator! Da! Danke! Yeah! Raubzug! Sieg! Schütz 2! Okay! Okay! 2! Der Axt ist Schärfe 2! Oida! Ich bin tot! Dann hab ich Zug gedrückt! Brrrr! Oida! Digga! Der Raid! Habe ich Hake! Habe! Habe! Digga! Die scheiß Bieste! Was haben die angekriegt? Sättel kann ich gut gebrauchen! Da oben auch noch was zum Haken? Nein! Das heißt wir werden jetzt fleißig ab... Nein! Da pflanzen jetzt fleißig mal an! Du! 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 Aufräumarbeiten nach dem Krieg! Alter! Du! 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 Du!